In der Lesestunde trägt Cora Stephan aus ihrem Buch Lob des Normalen vom Glück des Bewährten vor. Die promovierte Politikwissenschaftlerin und Historikerin Cora Stephan ist Kontrafunkhörern als Gast in vielen Diskussionssendungen sowie als Kommentatorin bekannt. Als Schriftstellerin schreibt sie Sachbücher und Romane. Selten war so viel von Sexualität die Rede wie heutzutage. Selten so viel vom Unterschied, oder auch nicht, zwischen Männern und Frauen. Selbst im feministischen Diskurs, in dem doch die Behauptung eine große Rolle spielt, Geschlecht sei bloß ein soziales Konstrukt. Warum beschäftigt man sich dann geradezu obsessiv damit? Obwohl die Sache, könnte man meinen, längst entschieden ist, tobt der Geschlechterkampf, in dem Frauen Opfer und Männer Täter sind. Und wenn sich in der Krise zeigt, dass sich so viel zwischen beiden gar nicht verändert hat, dass sich Frauen noch immer eher um die Kinder kümmern als die Männer, wird das Schreckensbild einer Retraditionalisierung an die Wand gemalt. Ob MeToo oder Covid-19 Frauenunterdrückung ist, scheint es noch immer und überall. Doch den Normalos ist das ganze Getöse ziemlich egal. Er und sie haben andere Sorgen. Dabei sollte es ihnen nicht egal sein. Die mit wachsender Strenge und Empörung geführte Debatte vergiftet das Klima und manchmal auch das Leben. Es ist schon eine Weile her, aber es hat Spuren hinterlassen. In der anti-autoritären Jugendbewegung der 60er und 70er Jahre wollte man sich von den Zwängen einer bürgerlichen Existenz befreien, von Wohlanständigkeit, gutem Benehmen, Sitten und Gebräuchen. Die Erfindung der Antibabypille war die willkommene Waffe im Kampf gegen die Zwangsgemeinschaft, Sexualität, Fortpflanzung, Liebe und Ehe. Man musste nicht heiraten, um Sex zu haben. Sex ohne Fortpflanzung war für beide Geschlechter einigermaßen problemlos möglich und musste nicht groß mit Liebe verbrämt werden, glaubten jedenfalls viele Männer. Wer dieses Spiel eine Weile mitgemacht hatte, merkte allerdings bald, dass die neue Freiheit auch neue Instrumente der Unterdrückung bereithielt und dass, wenn alles erlaubt ist, die Regelübertretung schnell ihren Charme verliert. Rebellen brauchen das Normale, Tabubrecher das Tabu, Regelübertreter regeln, sonst geht der Nimbus flöten. Gerade die sexuelle Befreiung, mit der die Bewegten prallten, verhieß nicht nur Erlösung, auch wenn sie manch Verklemmung lockern mochte, die sich religiösen und anderen strafbewehrten Konventionen verdankte. Ansonsten aber machten viele auch hier die Erfahrung, dass, wo nichts mehr Tabu ist, die öde Langeweile einzieht. Die natürlichste Sache der Welt, ohne jede Verfeinerung oder gar der Quickie, bereitete insbesondere Frauen gewiss nicht mehr Freude, als die vielgescholtene Missionarstellung. Der offene Sex, Geheimnis und spannungslose Langeweile, verbunden mit einer neuen Form der Ausbeutung, über die sich die Frauen der Bewegung bald zu beschweren begannen. Und wahrscheinlich verkannten die sexuell befreiten Kinder, mit welcher Raffinesse viele Menschen der Elterngeneration im verborgenen Trieben, was sie nun glaubten, offen tun zu müssen. Dabei gehört zur sexuellen Erregung auch der Reiz der Übertretung. Trotz solcher Erfahrungen, über die damals durchaus gestritten wurde, spuckt die Ideologie der sexuellen Befreiung noch immer durch die Erziehungswelten. Doch mittlerweile behagt es nicht mehr jeder Mutter und jedem Vater, wenn die Kinder schon in frühem Alter über die Freuden bestimmter sexueller Praktiken unterrichtet werden und ihnen in Lehrmaterialien, lesbische oder schwule Eltern, als neue Normalität begegnen. Weil Vater, Mutter, Kind reaktionär ist? Ebenso wie Sexualität, die zu Befruchtung führen könnte? Die neue Offenheit soll der Diskriminierung sexueller Praktiken oder homosexueller Liebe entgegenwirken. Dabei haben wir das doch nun schon lange hinter uns. Warum soll nicht einfach privat bleiben, was einst nicht zu interessieren hatte und schon längst nicht mehr verboten ist? Nicht jeder will vom Gegenüber wissen, wie und mit wem er es gern hätte. Eine aufdringlich Kondomwerbung glaubt, die Betrachter über alle Details unterrichten zu müssen. Und womöglich sollte man Kindern nicht einreden, dass Sex und geschlechtliche Identität das Wichtigste im Leben seien, denn sie werden sich schon ein paar Jahre später mit Lust und Leid genug herumquälen müssen, bis sie endlich als langweilige Normalos abends zu müde dafür geworden sind. Im Übrigen, es soll Leute geben, die unkonventionell seien, auf die Dauer zu anstrengend finden und sich gern mit dem Alltäglichen begnügen und meist auch noch anderes zu tun haben. Es gibt eine neue, geradezu aufdringliche Besessenheit mit Sex und Geschlecht. Dass man sich in Berlin Unisex-Toiletten für Menschen wünscht, die sich partout nicht für ein Geschlecht entscheiden können, weil der Besuch einer binär geschlechtergetrennten Toilette die inter- und transsexuellen Menschen für große Herausforderungen stelle, müsste eigentlich von allen Frauen als Rückschritt angesehen werden, die einst gute Gründe zu haben glaubten, mit Männern, Stehpinkler, nicht die Toilette teilen zu wollen. Genau deshalb wurde Betrieben vor Jahren abverlangt, Toiletten für Damen auch dann zu errichten, wenn sie keine beschäftigten. Das dürfte manchen Handwerksmeister viel Geld gekostet und zur Weißblut gebracht haben. Und nun, Rolle rückwärts. Die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, Monika Herrmann, verteidigte die Forderung nach Unisex-Toiletten mit dem Hinweis auf Frankreich, wo man das schon längst genderfreundlich handhabe. Der Taz-Korrespondent meldete aus der Bretagne lapidar, dass solches allein daran liege, dass viele Bars und Cafés nun mal nur eine Toilette zur Verfügung hätten. So einfach und südlich leicht kann das Leben sein. Bevor sich jetzt Aktivisten der Szene furchtbar aufregen und Homo- oder gar Transphobie wittern, die Politik muss nicht jeder Parole und jedem frisch erfundenen Bedürfnis hinterherlaufen. Gerade Transsexuelle dürften keinen Bedarf nach Klos für alle Geschlechter haben, weil sie genau wissen, für welches Geschlecht sie sich selten ohne Qualen entschieden haben. Für männlich oder weiblich, aber wohl kaum für divers. Die im Grunde legitime Frage, wen all diese zeitgeistigen Forderungen betreffen, wie groß und wie relevant also die gesellschaftliche Gruppe ist, die durch diese oder jene Maßnahme begünstigt oder entschädigt werden soll, scheint jedoch schon nicht mehr statthaft zu sein. Einer Landtagsabgeordneten in Thüringen, die wissen wollte, wie viele Fälle von Diskriminierung einer wie großen Bevölkerungsgruppe es nötig machten, ein nicht ganz billiges Programm zur Beförderung von Akzeptanz und Gleichstellung aller Lebensweisen aufzulegen, bekam das gar nicht gut. Die Zeiten seien Gottlob vorbei, in denen sich homosexuell hätten registrieren müssen, scholl ihr entgegen, und sie halte Homosexuelle wohl für eine unnormale Minderheit, schloss Messerscharf eine grüne Kollegin. Getroffen und versenkt, möchte man da antworten, Schwule und Lesben sind nun mal eine Minderheit, wie sie selbst am besten wissen. Und wie verhält es sich mit den Diversen, dem dritten Geschlecht? Das soll nun in allen Stellenanzeigen berücksichtigt werden, Behördenformulare müssen dafür geändert werden, in Hannover etwa haben die städtischen Mitarbeiter geschlechtsumfassend zu formulieren und wer sich divers fühlt, darf sich das auch behördlich bescheinigen lassen. In Berlin gibt es seit September 2020 ein dickes Papierpaket namens Diversity Landesprogramm, in dem alles enthalten ist, was diversity-sensibel ist. Dem baden-württembergischen Bildungsplanentwurf 2015 gemäß, sollten bereits Achtklässler sich Gedanken darüber machen, ob sie wirklich heterosexuell seien oder sein wollten. Extra-Toiletten für dieses und alle weiteren 54 Geschlechter sind vielerorts im Gespräch. Selbst in Grundschulen, also bei 6- bis 12-Jährigen, soll es eine dritte Toilette geben, denn die Schüler sollen sich stolz mit dem dritten Geschlecht identifizieren dürfen. Das kostet. Aber wollen wir kleinlich sein bei etwa 160.000 betroffenen Menschen unter 83 Millionen, die weder Mann noch Frau sind oder sich der heterosexuellen Norm nicht unterordnen wollen? Doch von 160.000 Betroffenen ist mittlerweile nicht mehr die Rede. Auch von 16.000 kann man nicht ausgehen. Womöglich sind noch nicht einmal 1.600 in ganz Deutschland Betroffene. Martin Spiewak hat für die Zeit nachgefragt. In den elf größten deutschen Städten haben nur 20 Personen beantragt, ihren Eintrag ins Geburtenregister auf divers ändern zu lassen. Der Kreis der Betroffenen beträgt also womöglich nicht 0,2% der Bevölkerung, sondern eher 0,002%. Es geht also um eine ziemlich winzige Minderheit, die man bedauern mag oder auch nicht, aber aus ihrem Schicksal einen Anspruch an die Allgemeinheit herzuleiten, ist widersinnig. Und wahrscheinlich sind es noch nicht einmal die Betroffenen selbst, die sich hier melden, sondern ihre Lobbyisten in der akademischen Welt, die in der Dekonstruktion ihr Lebensthema entdeckt und zum Herrschaftswissen ausgebaut haben. Man hat ja sonst nichts gelernt. Mit diesem Besteckkasten ausgestattet wird akribisch ermittelt, wer sich welchen Sprechvergehens schuldig gemacht hat. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer etwa hat sich gleich mehrmals vergangen. Er outete seine lesbische Parteifreundin Maike Pfuderer auf Facebook als trans, misgenderte sie und verwendete ihren Deadname. Die LSBTIQ-Aktivistin will nun Anzeige erstatten. Ein Deadname ist unter uns Normalen der Name Reinhard, unter dem Maike nach der Geburt registriert worden ist. Und das sei strafwürdig, obwohl Pfuderer ihr Schicksal mitsamt Deadname selbst öffentlich gemacht hat? Lassim Nikolaus Taleb spricht von der Diktatur der Minderheit. Es brauche nur ein paar aggressive Aktivisten und schon gebe die gutwillige Mehrheit nach. Auf diese Weise kann man Speisepläne verändern, Bücher verbieten oder Leute auf eine schwarze Liste setzen. Eine intolerante Minderheit, behauptet er gar, schade nicht nur der Demokratie, sondern zerstöre die Welt. Wir stehen, schreibt dazu der Philosoph und Psychologe Carlo Stringer vor der absurden Situation, dass der vorgeblich tolerante, faire und für kulturelle Unterschiede sensibilisierte Westen selbst zum Opfer jener Intoleranz geworden ist, die mit der Idee der politischen Korrektheit bekämpft werden sollte. Das nenne ich ein phänomenales Eigentor. Doch aufs eigene Tor wird weiterhin gebolzt. Etwas, das jedem normalen Zeitgenossen und Fußballfan fremd sein dürfte. Andauernd werden Menschen auf ihre Geschlechtszugehörigkeit verwiesen. Politiker und Medienpersonen sprechen schon lange nicht mehr von Bürgern, sondern von Bürgern und Bürgerinnen. Sogar die Grammatik wird sexualisiert, weshalb es nicht mehr Studenten heißen darf, weil das angeblich weibliche Studenten ausschließe. Das generische Maskulinum aber hat keinen Sex, ist also nicht for men only, ebenso wenig wie das generische Femininum nur weibliches meint. Vor allem gibt es keinen Grund, es an die Männer abzutreten, mal ganz abgesehen davon, dass nun wieder die Diversen gekränkt sein dürften. Inklusiv und berückend einfach wäre es doch wohl, alle unter dem Begriff Bürger zusammenzufassen, egal welches Geschlecht sich der Einzelne zuweist. Das wäre dann ganz und gar die alte Sprachregelung? Genau. Streng betrachtet passt solch Anbietern des öffentliches Sprechen gar nicht zum längst auf höchster politischer Ebene installierten Prinzip des Gender Mainstream, ein Begriff, den wohl kaum jemand außerhalb der Zirkel Eingeweihter versteht. Dabei ist der Hut schon ziemlich alt. Bereits im Jahr 2000 fand er unter der rot-grünen Bundesregierung Eingang in die Geschäftsordnung der Bundesministerien, wo es in § 2 heißt, die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden, in Klammern Gender Mainstream. Aus Gleichberechtigung wird Gleichstellung, zum einen. Ein Ding der Unmöglichkeit und zudem gewalttätig. Ungleiches kann man nicht gleich machen. Zum anderen, was hat Gender damit zu tun? Das englische Wort Gender bezeichnet ursprünglich ein vom biologischen Geschlecht, Sex im Englischen, unterschiedenes soziales Geschlecht. Also alles, was am Frauen- und Männerbild, kulturellen Moden und Normen unterworfen ist. Dazu wäre viel zu sagen. Doch mittlerweile ist daraus ein Kampf gegen die Zwangsheterosexualität geworden, da Zweigeschlechtlichkeit keine biologische Tatsache, sondern eine aufgezwungene Geschlechtsrolle sei. Folgerichtig soll heute jeder selbst über seine geschlechtliche Identität entscheiden. Wieso aber wird dann noch von der Gleichstellung von Mann und Frau gesprochen, wenn zugleich der Zwang, sich zwischen beiden Menschen zu entscheiden, aufgehoben sein soll? Im Übrigen ist auch Frau keine unumstrittene Kategorie mehr, seit sich besonders feinfühlige Personen dazu entschlossen haben, nicht mehr von Frauen, sondern von menstruierenden Menschen zu sprechen, um keine Transfrau zu kränken. Wobei, wo bleiben dabei die nicht mehr menstruierenden Menschen vulgo Frauen nach der Menopause, Diskriminierung? Natürlich kann man auch Männer nicht mehr verübeln, wenn sie auf einen freien Frauenparkplatz zusteuern. Das hieße ja, ihnen ein bestimmtes Geschlecht zu unterstellen. Lassen wir mal das Problem beiseite, das entstehen kann, wenn ein Mann, der behauptet, sich als Frau zu fühlen, seine Strafe als Vergewaltiger im Frauengefängnis absitzen möchte. So oft dürfte das nicht vorkommen. Doch es gibt andere Aspekte, die bei Feministinnen heftig umstritten sind. Nicht jede von ihnen glaubt, dass Weiblichkeit lediglich eine Sache der Einstellung sei. Die britische Journalistin Julie Bindel etwa schrieb 2004 im Guardian in waghalsiger Deutlichkeit, ich habe kein Problem, wenn Männer ihre Genitalien entsorgen, aber das macht sie ebenso wenig zu einer Frau wie mich zu einem Mann, wenn ich mir ein Stück Schlauch in meine Levi's stopfe. Vom daraufhin einsetzenden Proteststurm erholte sie sich, heißt es, nie wieder. Selbst die Ikone des Feminismus, Germaine Greer, machte sich unbeliebt, als sie 2015 erklärte, dass eine Geschlechtsumwandlung keinen Mann zur Frau mache. Ähnlich erging es dem Schandmaul Julie Bircher, berüchtigt fürs Zielen unter die Gürtellinie, die 2018 festhielt, sie denke nicht daran, sich von Schwänzen in Frauenklamotten oder einem Haufen Bettnässern mit schlecht sitzenden Perücken gängeln zu lassen. Nicht wenige Feministinnen finden es im Übrigen durchaus störend, dass Männer, die sich zur Frau umoperieren lassen, sämtliche Klischees attraktiver Weiblichkeit zu erfüllen versuchen, von straffen Brüsten bis Traumfrisuren, wie etwa Caitlyn Jenner, einst ein Zehnkämpfer namens Bruce. Und nicht alle Lesben legen Wert auf eine Beziehung mit einem zur Frau konvertierten Mann. Warum wohl? Und nun auch noch J.K. Rowling, die sich öffentlich über den Begriff Menschen, die menstruieren, aufregte. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wimben, wimpend, womit. Worauf sie hinaus wollte, ist die schlichte Wahrheit. Das biologische Geschlecht eines Menschen ist Realität. Menschen, die menstruieren, sind Frauen, selbst wenn sie als Mann leben wollen. Männer, die Frauen werden wollen, menstruieren nicht, ihnen fehlt das dafür geeignete Organ. Was ist an dieser schlichten Feststellung anstößig? Auch Caitlyn Jenner, so attraktiv sie als Frau auch aussieht, ist biologisch gesehen noch immer ein Mann. Man kann ihren Wunsch, das nicht mehr sein zu wollen, gewiss respektieren, doch muss man deswegen ein paar fundamentaler biologische Fakten über Bord werfen? Zur Machtfrage wird die Debatte im Sport. Die transsexuelle Radfahrerin Rachel McKinnon scheint vom ganzen Typus her noch immer die Vorteile des Mannes zu besitzen, was Körperbau, Muskulatur und Hormonstruktur betrifft. Wohl deshalb hat Tennisprofi Martina Navotilova, übrigens lesbisch, Transfrauen als Männer bezeichnet, die sich entscheiden, eine Frau zu sein. Verständlich, dass sie das nicht schätzt. So etwas nennt man nicht nur im Sport Wettbewerbsverzerrung. Die viel geforderte Sensibilität fehlt oft ausgerechnet, wenn es um diejenigen wenigen geht, deren Geschlecht tatsächlich nicht eindeutig ist. Und schlimmer als unsensibel ist es, Jugendliche nicht vor möglichen Fehlentscheidungen zu bewahren. Wie kann es angehen, dass mittlerweile schon der bloße Wunsch Heranwachsender, kein Mädchen oder kein Junge mehr zu sein, von Eltern und professionellen Beratern ohne weiteres Hinterfragen für bare Münze genommen wird? Die Betroffenen berichten von gerade mal halbstündigen Gesprächen und schon wird von willfährigen Hilfern ein Prozess eingeleitet, der unwiderruflich und womöglich weit schmerzlicher ist, als das vielen jungen Menschen immer schon geläufige Problem, sich in ihrer Haut und ihrem Körper nicht wohl zu fühlen. Die Berichte von Menschen, die den Weg gegangen sind und wieder zurück wollen, sind erschütternd. Die heute 23-jährige Kira Bell etwa fühlte sich mit 15 eher wie ein Junge. Bereits nach drei Beratungsgesprächen im darauf spezialisierten Tavistock Center in Nordlondon wurde sie mit Hormonen als Pubertätsblocker behandelt und zum Mann umgeformt. Viel zu schnell, sagt sie heute und klagt gegen die Klinik. Charlie Evans, 28 Jahre alt, wurde als Mädchen geboren, ließ sich knapp volljährig zum Mann umwandeln und unternahm später die Detransition zurück zur Frau. Sie berichtet von Hunderten, die ihre Geschlechtsumwandlung mittlerweile bedauern. Auch in Deutschland gibt es Frauen, die als Transmänner gelebt und ihre Entscheidung bereut haben. Eine von ihnen erklärt, ein Therapeut habe ihr bereits nach 30 Minuten bescheinigt, dass sie trans sei. Einen Befund auf so schmaler Basis mit derart schwerwiegenden Folgen nennt man gemeinhin fahrlässig. Dieses sei was du sein willst, egal was Biologie oder Natur dir mitgegeben haben, ist ein modischer Einfall, der zu brutaler Selbstverletzung ermutigt. Denn womöglich geht selbst glaubwürdiger Leidensdruck nicht immer in die richtige Richtung oder führt zu einer richtigen Entscheidung. Immer her mit dem Skalpell, wenn etwas stört? Vom Standpunkt eines Normalos aus sind die Lehren aus den Debatten der letzten Jahre geradezu verwirrend widersprüchlich. Gerade eben noch galt es zu begreifen, dass Biologie nichts bedeutet, wenn sich jemand anders entscheidet, als ihm bei der Geburt bestimmt war. Kurz zuvor aber ging es geradezu um das Klischee von Mann und Frau. Die MeToo-Kampagne suggerierte, unsere Gesellschaft sei von übergriffigen Männern geprägt und von Frauen, die sich dagegen nicht wehren können. Gewiss gibt es solche Männer und gewiss auch zu viele davon. Mag auch sein, dass die MeToo-Kampagne Frauen geholfen hat, sich nicht mehr allein zu fühlen, mit Erlebnissen von sexueller Zudringlichkeit bis hin zur Vergewaltigung, was angesichts der Enttabuisierung des Themas in den vergangenen Jahrzehnten ein wenig verwunderlich ist. Zugleich aber hat sie ein Zerrbild hinterlassen von übermächtigen Männern und ohnmächtigen Frauen. Wenn das Geschlecht eine bloße Konstruktion ist, dann müsste das auch für die These vom männlichen Unterdrückungszusammenhang gelten. Dem alltäglichen Miteinander hat das nicht geholfen, im Gegenteil. Es hat ihm den beständigen Verdacht hinzugefügt, der Frauen gegen die Männer und umgekehrt. Männer haben sich angewöhnt, vorsichtshalber nicht mehr in Gesellschaft von Frauen im Fahrstuhl zu fahren und stets die Bürotür offen zu lassen, wenn eine Frau das Zimmer betritt. Aus Furcht vor MeToo. Schwäche kann eine scharfe Waffe sein und manch augenscheinliches Opfer entpuppt sich als raffinierte Täterin, siehe den Fall des langjährigen ARD-Wetter-Moderators Jörg Kachelmann. Man unterschätze uns Frauen nicht. Dass Sexualität ein mächtiger Trieb ist, der die Verhältnisse zum Tanzen bringt, ist unbestritten. Es gibt Männer, die nichts anderes im Kopf zu haben scheinen und es gibt Frauen, die es verstehen, den seinen trieben unterworfenen Mann prächtig zu manipulieren. Frage eines Normalos, aber was hat das alles mit dem banalen Alltag des Lebens zu tun? Den Zwangszusammenhang zwischen Sexualität, Liebe, Ehe und Fortpflanzung, den es 1968 folgende zu sprengen galt, gab es in der Menschheitsgeschichte wohl eher selten. Wen man liebte oder begehrte, den heiratete man nicht. Dazu war die Ehe eine viel zu ernste Angelegenheit. In der Antike fand Liebesleidenschaft eher außerhalb der Ehe statt und zur Zeit der ritterlichen Minne glaubte man, dass wahre Liebe nicht zur Ehe passe, da sie als rechtliche Verpflichtung nicht gedeihen könne. Ehe war eine Zweckgemeinschaft im Sinne der Familie. Die romantische Liebe ist, wenn man so will, ein soziales Konstrukt, das sich der abnehmenden Bedeutung feudaler Strukturen wie Geburt und sozialer Stand verdankte. Also ist sie wahrhaft demokratisch, die Wahl des Herzens anstelle der Pflichterfüllung gegenüber der Familie? Gewiss, und doch hat sie ihre Tücken, wie Gustave Lobert's großartiger Roman Madame Bovary zeigt, erschienen 1857. Ist der Roman eine Hommage auf eine Ausbrecherin, eine Rebellin, wieder die Normalität? Vom Standpunkt der Liebesromantiker wahrscheinlich. Ihnen zufolge ist immer Bovary an der Gesellschaft gescheitert, an den Spießern in ihrer Umgebung und an den unmoralischen Männern, von denen sie sich verführen ließ, und den Feiglingen, die ihr nicht halfen. Ihre Sehnsucht aus dem Gewohnten auszubrechen und sich der Leidenschaft hinzugeben, versteht sicher jede romantische Seele. Sind Liebe und Leidenschaft nicht das Erstrebenswerte? Sollte das Lebensglück nicht auf diesen mächtigen Emotionen gründen? Unsere Vorfahren hätten darüber nur verständnislos den Kopf geschüttelt. Wie kann man Lebensentscheidungen auf so etwas Flüchtigem wie Liebe im Sinne sexueller Leidenschaft gründen? Doch genau damit machen Sexualberater heute ihr Geschäft. Weil alle Welt zu glauben scheint, nur Sex bis ins hohe Alter halte Beziehungen zusammen und mache Menschen glücklich. Vielleicht ja, vielleicht nein, womöglich wussten es die Altvorderen besser. Womöglich irrte Emma Bovary. Gustave Flaubert hat in seinem Roman so glauben viele am Beispiel der unglücklich Liebenden die Beschränktheit der französischen Provinz Mitte des 19. Jahrhunderts abgehandelt, hat mit kaltem Stahl das spießige Kleinbürgertum seziert, das er in der Tat detailbesessen schildert. Was wäre, wenn das ein Missverständnis ist? Die Stärke des Romans liegt doch vielmehr darin, dass der Dichter weder moralisiert noch verurteilt. Seine Charaktere sind keine Karikaturen, nicht der unbeholfene Landarzt Charles Bovary, der seiner untreuen Ehefrau über den Tod hinaus ergeben bleibt. Nicht Hommet, der Apotheker, ein von seiner eigenen Bedeutung betörter, antiklerikaler Dorfintellektueller, der eigentliche Sieger der Geschichte. Und noch nicht einmal Rodolphe, einer der Liebhaber der Madame Bovary, ein kleiner Landadliger, der weiß, auf welche Worte Frauen fliegen. Alles normale Menschen, nicht bösartiger oder beschränkter als andere und ohne übersteigerte Vorstellungen von Glück. Die aber hat Emma Bovary. Und das ist kein gelungenes Gegenprogramm. Madame genügt das normale Leben nicht, sie träumt von Größerem. Nicht wie Hommet von so etwas Rüdischem wie dem Kreuz der Ehrenlegion, sondern von dem, was ihr die Literatur verheißen hat, angefangen mit schwülzigen religiösen Traktaten und galanten Geschichten über Herren tapfer wie Löwen und sanft wie Lämmer bis hin zu allem, was die Bibliothek hergibt. Emma liest Bücher, nein, sie verschlingt sie, sie liest wahllos und vor allem glaubt sie an das, was sie liest. Sie gibt sich dem Blendwerk der Welt der Empfindungen hin, das ist das wahre Thema des Buchs, wie die Erfindung der romantischen Liebe unempfänglich dem Leben gegenüber macht, ja, wie die schwelgerischen Worte der Leidenschaft das normale Glücksempfinden zerstören. Mag sein, dass Emma am Spießertum ihrer Umgebung leidet, aber sie verkörpert keine Triumph der Fantasie, des Unkonventionellen, der Freiheit über die Enge der Provinz mit ihren eingespielten Riten. Sie begibt sich auf die trostlos unfreie Jagd nach dem Unerreichbaren und die heißesten Küsse hinterließen auf den Lippen nur die unerfüllbare Begierde nach einer tieferen Wollust. Wie eine Süchtige versäumt sie über dem überbordenden Verlangen das Glück des Alltags. Denn so elendlangweilig ist das Leben der Normalus gar nicht, vielmehr sind die Versprechungen der Literatur illusorisch und gefährlich und das führt ausgerechnet einer vor, der sich auf Worte so gut versteht wie Flaubert. Einer seiner zeitgenössischen Kritiker hat ihm vorgeworfen, dass er seine Figuren ebenso wenig liebe wie Emma Bovary, ihr Kind. Doch das ist im Gegenteil seine Stärke. Liebe macht blind. Vor allem, wenn es sich um jene übersteigerte romantische Liebe handelt, der oft gerade Frauen verfallen. Er schildert den Preis solcher Liebe bis in die letzten Todeszuckungen der Elend an Asien gestorbenen Liebessüchtigen. Das wäre die Moral der Geschichte, wenn die Geschichte denn eine hätte. Man verachtet das schlichte Glück des Spießers nicht. Das hält meist länger als das partielle Irresein leidenschaftlicher Liebe, so großartig sich das zunächst auch anfühlen mag. Die romantische Liebe gilt als eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts und man hielt sie damals allgemein eher für ein Unglück. Die Ehe fordere Respekt, Fürsorge und diene dazu, für Nachwuchs zu sorgen. Leidenschaft sei der Ausnahmezustand, der dieses Geflecht zu zerstören drohe. Übersteigerte Erwartungen an einem Partner führten zwangsläufig zu Enttäuschung. Und hat nicht Flobea genau das geschildert? Gut möglich, dass die verbreitete Vorstellung, sie müsse auf lebenslanger leidenschaftlicher sexueller Liebe basieren, ihren Anteil hat an der Krise von Ehe und Familie in den westlichen Gesellschaften seit einigen Jahrzehnten. Das pragmatische Modell der Projektehe, um das tranige Wort Vernunft Ehe zu umgehen, hat jedenfalls schon lange keine Lobby mehr. Ein Fehler vielleicht? Sexualität ist ein mächtiger Trieb und dient der Fortpflanzung, also der Arterhaltung. Das erklärt sich von selbst. Nur die Genderideologen wollen das nicht wahrhaben. Lieben wiederum kann man auch die Freunde. Wie aber kam die Ehe in die Welt, also ein Vertrag kirchlich und staatlich beglaubigt? Die Babylonier taten es, die Römer, die Germanen, alle taten es, sie heirateten. Urvater Abraham teilte seine Frau Sarah als Geste der Gastfreundschaft mit dem ägyptischen Pharao und als die Ehe unfruchtbar blieb, heiratete er auf ihre Anregung hin ihre Sklavin. Nero hat mehrmals geheiratet, unter anderem seinen Lustknaben Sporus. Hinweise auf den rechtlichen Rahmen von Eheschließungen finden sich bereits in den zwei ältesten belegten Gesetzestexten, dem Kodex Ur-Namu um 2100 vor Christus und dem Kodex Hammurapi um 1800 vor Christus. Die Germanen pflegten sogar die monogame Ehe, wenn man Tacitus Glauben schenkt, was man vielleicht nicht tun sollte, erkannte Germania nur vom Hören sagen. Und heute? Nie war sie so beliebt. Alle sollen heiraten dürfen. Die Verachtung der bürgerlichen Ehe ist, so scheint es, aus der Welt, wenn selbst die sexuelle Avantgarde von einst Schwule und Lesben zum Standesamt und vor den Traualtar streben. Doch nicht nur die Ehe, auch ihre Feinde haben eine lange Tradition. Noch alle Revolutionäre haben sich als erstes daran gemacht, Ehe und Familie als Machtfaktoren auszuschalten, sind sie doch private Bündnisse, auf die keine äußere Macht Zugriff hat, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Die erste in der langen Reihe der ehefeindlichen Revolutionäre war ausgerechnet jene Macht, auf die sich beruft, wer die Ehe auf die Verbindung zwischen Mann und Frau beschränken will, die christliche Kirche. Ihre Vertreter bevorzugten gottesfürchtige Keuschheit. Die Verbindung zwischen Mann und Frau haben sie nur langsam und eher zähneknirschend akzeptiert, weil die Ehe bei all ihren Nachteilen die Unzucht wenigstens einhege und der Kirche neue Seelen zuführe. Augustinus fand es besser, nicht zu heiraten. Für Paulus war die Ehe ein unwillig hingenommenes Mittel gegen die Sinneslust, da die Sünde der Unzucht in der Ehe wenigstens lässlich werde. Die Ehe setzte sich im mittelalterlichen Europa durch, nicht weil die Kirche das wünschte, sondern erst als weltliche Interessen sich des kirchlichen Segens Adelige und bäuerliche Familien legten Wert auf eine geregelte Nachfolge, denn der Besitz sollte unvermindert vererbt und im Zugriff räuberischer Verwandter entzogen werden. Mit der Einführung von Familiennamen und der formellen Eheschließung entstand Herkunft im Dienste der Zukunft. So sollte sichergestellt werden, dass der Erbanspruch folgender Generationen als legitim anerkannt wurde. Die Ehe hat also mit Eigentum Erbfolge und Familie im Sinne eines generationenübergreifenden Zusammenhangs zu tun. Erben konnte nur der älteste Sohn, der Stammhalter. Für seine Brüder blieben Klerus und Militär. Die Frauen durften oder mussten heiraten, Ehen unter Angehörigen mächtiger Familien vergrößerte deren Macht. Als die Kirchenmänner sich mit dem Wunsch der Gläubigen nach kirchlich besiegelter Verbindung abfanden, setzten sie alles daran, diese Verbindung bis ins kleinste Detail zu bestimmen und zu kontrollieren. Die Geschichte der christlichen Ehe ist im Grunde die Geschichte des Kampfes gegen die Macht der Familie beziehungsweise des Familienclans. Denn darum ging es. Ehen besiegelten Bündnisse zwischen Stämmen und Familien und sicherten der Erbfolge. Eine Ehe zwischen gleichgeschlechtlich Liebenden kam dabei nicht in Betracht, denn wozu sollte eine solche Verbindung gut sein? Ehe diente der Fortpflanzung, dafür braucht es Mann und Frau, wie auch immer ihre sexuellen Präferenzen aussahen und die waren früher gewiss so bunt wie heute. Die Zukunftsregeln heißt, dafür Sorge zu tragen, dass Gerüst und Tradition der Gesellschaft weitergegeben werden. Das Institut der Ehe verleiht Nachkommen den Status von Erben, gibt ihnen Rechte Vorfahren einen Namen. Ohne vererbbare Güter konnte man sich, sagt der französische Mittelalterhistoriker Georges Duby über den Feudalismus, zwar Paaren, aber keine Ehe schließen. Die Ehe lag also ganz und gar im weltlichen Interesse einer ländlichen Gesellschaft von Grundbesitzern, den Fortbestand ihrer Produktionsweise im Laufe der Generationen zu sichern, was die Weitergabe eines unverminderten Besitzes an Grund und Boden, Ackerflächen, Wiesen, Wäldern, Obstbäumen, Olivenhainen und Vieh bedeutete. Um den Besitz zusammenzuhalten, bevorzugte der Adel Heiraten im nahen Verwandtenkreis, etwa zwischen Vetter und Cousine. Er sorgte dafür, dass der Familienbesitz in männlicher Linie weitergegeben und erhalten wurde und verwehrte damit einem beträchtlichen Teil der Nachkommen die Ehe. Ehe für alle gab es nicht. Solche Heiratsstrategien bedeuteten nicht, dass Ehen ohne Zuneigung und Frauen ohne Rechte bleiben mussten. Frauen brachten nicht nur Besitz in die Ehe ein, ihre Macht beruhte ebenso auf ihrer wirtschaftlichen Funktion im Hausstand. Gefühl und Respekt sind hilfreich bei der Bewältigung des Alltags, aber Liebe bedurfte nicht der Ehe und umgekehrt. Der Wunsch zu heiraten, weil man sich liebt, war den meisten unserer Vorfahren fremd. Begehren vergeht, ein Hausstand nicht. Dass der Wunsch nach Eheschließung heute als romantisches Ideal daherkommt und noch nicht einmal notwendig auf Familiengründung hinausläuft, wäre undenkbar gewesen. Erst spät festigte sich das Bündnis zwischen der Kirche und den adligen und grundbesitzenden Familien. Der christliche Segen verlieh der angestrebten Kontinuität das göttliche Siegel. Um 1130, schätzt Duby, hat sich der Ritus der kirchlichen Trauung in Nordwesteuropa fest etabliert. Heirat, Taufe, Kommunion und Beerdigung gaben der Kirche die Kontrolle über sämtliche wichtige Lebensereignisse. Eine lokale Verankerung, wie sie keine andere Weltreligion kennt. Mit der kirchlichen Reglementierung der Ehe aber ging die Einschränkung der Macht der Familie Hand in Hand. Als erstes setzte die christliche Kirche in Europa erfolgreich Heiratsverbote unter nahen Verwandten durch und schränkte generell familiäre Strategien zur Besitzakkumulation ein. Die Kirche verbot Wiederverheiratung und Adoption, da aller weltlicher Besitz beim Fehlen natürlicher Erben an Gott zurückgehen müsse. Jetzt entwickelte sich die Kernfamilie im Unterschied zu Clanstrukturen und dem Paternalismus etwa in islamisch geprägten Kulturen. War die Kirche im Kampf gegen konkurrierende Machtzentren wie mächtige Familienverbände also lediglich darum bemüht, ihnen ihren Besitz abzujagen? Diese These vertritt der britische Kulturwissenschaftler Jack Goody. Je eingeschränkter die Möglichkeit, durch Vettern-Ehen oder Adoption das Erbe in der Familie zu behalten, desto größer die Chancen für die Kirche ins Erbe einzutreten. Der Klerus konkurrierte also mit den weltlichen Herrschern, die immer wieder per Gesetz zu verhindern suchten, dass geldgierige Klerikale Witwen und Mündel ihr Erbe abschwatzten. Die Kirche war kein Schutzengel der Familie. Doch die Familie als Machtzentrum konkurrierte auch mit den Interessen der Landesherren, die gegen die Übermacht Adliger Clans ihr Gewaltmonopol durchsetzen wollten. Es gab also mindestens zwei Parteien im Kampf gegen die Familie und ihre Heiratsstrategien. Manche rechnen das Individuum dazu. War das Christentum nicht vielmehr ein Vorkämpfer des Individualismus, als Hüter der Gattenehe aufgrund gegenseitiger Zuneigung anstelle der nur der Familie und deren Machtsicherung durch Bündnispolitik dienenden Zwangsehe? Hatte die Kirche mit der Entmachtung der Familie nicht dem Individuum mehr Freiheit gegeben, auch die seinen Gefühlen zu folgen? Gewiss hat die christliche Kirche eine erhebliche Rolle gespielt bei der Emanzipation des Individuums von Herkommen und Familie, womöglich ganz gegen die eigenen Intentionen. Die Kleinfamilie des christlichen Abendlandes erlaubte jenen persönlichen Ehrgeiz, den Kleinstrukturen so erfolgreich unterbinden. Denn was helfen alle Anstrengungen, wenn ihre Frucht an alle umverteilt werden muss. Paternalismus wie Sozialismus töten den mächtigsten Motor der Menschheitsgeschichte, den persönlichen Ehrgeiz. Und war die Kirche nicht, weil sie die Wiederverheiratung verbot, eine Verbündete der Frauen? Reiche Witwen konnten jedenfalls mit dem ererbten Vermögen im Schutz der Kirche ihre gesellschaftliche Stellung durch großzügige Geschenke und Bauvorhaben wie Klöster und Gästehäuser verfestigen auf Kosten des Familieneinkommens der Hocharistokratie. Erst seit dem 18. Jahrhundert hat sich in unseren Breiten die Vorstellung durchgesetzt, dass die Ehe ein Ausdruck der Liebe von Mann und Frau sei. Liebe aber folgt keinem Zweck, noch nicht einmal dem der Reproduktion. Warum also sollte Ehe nicht allen offen stehen, auch gleichgeschlechtlichen Paaren. Es fragt sich allerdings, ob es dazu staatliche Siegel und kirchlichen Segen braucht. Denn die Ehe für alle koppelt die Institution von ihrer Historie ab und das bedeutet womöglich auch den Abschied von ihrer Verbindung mit Familie. Familie ist Janusköpfig. Sie ist einengend und anarchisch zugleich. Einengend, weil sie die Individuen ihren Gesetzen und Bedürfnissen unterwirft. Anarchisch, weil sie eine starke Gegenmacht bildet, einen schützenden Privatbereich gegen den Zugriff anderer Mächte, sei es die Kirche oder der Staat. Große Familienclans können das staatliche Gewaltmonopol aushebeln. Das erlebt man heute in deutschen Großstädten nicht selten. Dagegen ist die bürgerliche Kleinfamilie erschütternd harmlos. Was aber ist das Individuum ohne sie? In der neuerlichen Konjunktur der Ehe scheint das wieder eine Rolle zu spielen, dass eine Ehe mit oder ohne Nachkommen die Urzelle von Fürsorge sein kann, dass sie Autarkie bedeuten kann, Privatsphäre gegen die Übermacht des Politischen. Ist Ehe für alle ein Sieg des Spießertums? Haben sich die Normalos durchgesetzt, auch bei Schwulen und Lesben, einst schillernder Gegenpol zum bürgerlichen Stereotyp? Mal abgesehen davon, dass einst womöglich nur die Speerspitze der Bewegung unbürgerlich war? Ist das die Sehnsucht nach Normalität, von der man weiß, dass man sie nicht hat? Trösten Riten und Rituale darüber hinweg? Und wieso reicht plötzlich die eingetragene Partnerschaft nicht mehr aus? Warum muss jetzt ganz in Weiß oder Schwarz oder Himmelblau und auch noch vor dem Traualtar ewige Treue geschworen werden? Warum die staatliche Beglaubigung? Warum der kirchliche Segen? Kann man sich keine anderen Riten und Gebräuche vorstellen? Und überhaupt wieso ist, wenn hier von Ehe gesprochen wird, immer nur von Liebe die Rede? Hat es sich bei Schwulen und Lesben noch nicht herumgesprochen, dass eine Ehe die beste Voraussetzung für eine Scheidung ist? Bereits jetzt wird die Bereitschaft, in einer Partnerschaft füreinander zu sorgen, steuerlich anerkannt. Das gilt für kinderlose Ehepaare ebenso wie für homosexuelle Paare. Auch Kindes steht nichts im Wege, sofern es das leibliche Kind eines der Partner ist. Dass homosexuelle Paare dafür auch schon mal eine Leihmutter bezahlen, deutet auf ein Dilemma hin. Selbst wenn demnächst Schwangerschaften in der Retorte erfolgen, sind für die Zeugung eines Kindes Mann und Frau im Sinne von Samen und Ei von Nöten. Doch auch das wäre nur dann ein Argument gegen die Ehe, wenn Ehe Kinder voraussetzte, das aber tut sie nicht. Auch Frauen nach der Menopause und unfruchtbaren Männern verwehrt niemand die Ehe. Ehe ist also offenbar auch ohne Kinder ein Wert. Warum? Weil sich zwei Menschen dazu verpflichten, einander in guten und in schlechten Zeiten beizustehen. Das ist Subsidiarität im besten Sinne des Wortes. Solidarität als unabhängig. Der schwule amerikanische Publizist Jonathan Rauch brachte vor einigen Jahren ein noch stärkeres Argument ins Spiel, das übrigens auch in der Vergangenheit schon von Bedeutung war. Ehe sei dazu geeignet, Männer zu zivilisieren. Wenn in schwule Partnerschaften das Couch-Potatotum vieler Heteroehen einziehe, umso besser, dann sind die Männer von der Straße und richten keinen Schaden an oder holen sich beim anonymen Sex Aids. Eine Ehe sei noch immer die einfachste und grundlegende Form privater Fürsorge. Wer heiratet, meint Jonathan Rauch, sorge nebenbei auch dafür, dass der Partner im Falle von Krankheit, Aids etwa, nicht der Allgemeinheit zur Last fällt. Vom konservativen Standpunkt aus, den wir vielen normalos jetzt einfach mal unterstellen, spreche insofern nichts gegen die Homo-Ehe. Ehe bedeutet überdies soziale Kontrolle. Wer heiratet, teilt der Anteilnehmenden und kritisch zuschauenden Öffentlichkeit seinen Bindungswillen und sein Treueversprechen mit. Das wäre dann wohl nach Aids der letzte Sargnagel für die Schwule Libertinage der 70er Jahre. Außerdem, wenn Männer jüngere Frauen heiraten, die später bei Pflegebedürftigkeit als ihre Krankenschwestern fungieren, warum sollte das nicht auch für Schwule und Lesben gelten? Das Institut Ehe hat also vielerlei soziale Vorteile, die gesellschaftlich und staatlich honoriert, privilegiert werden können. So gesehen gibt es kein Argument gegen die Ehe für alle. und den schrillen Schrei nach Gleichheit und Abschaffung von Privilegien der Hetero-Ehe könnten sich die Lobbyisten der Homo-Ehe sparen. Meint Jonathan Rauch, Ehe sei weit mehr als eine Frage des Lifestyle. Ob das alle so sehen? Die in der Ehe lediglich ein Privileg sehen, das ihnen nicht vorenthalten werden sollte? Eheschließung ist ein sozialer Akt, der gesellschaftlich nützlich sein kann. Kein schöner Ersatz für das romantische Liebesideal vielleicht, aber ein weit wirkungsvolleres Argument. Die Furcht, dass demnächst auch Geschwister heiraten wollen oder dass sich nun die Vielweiberei durchsetzt, dürfte übertrieben sein. Und doch demonstriert Ehe für alle nicht nur ihre Attraktivität, sondern ebenso ihren fundamentalen Wandel. Er markiert den Verlust des Generationenzusammenhangs. Eine Ehe für alle oder auch nur für alle Heterosexuellen gab es noch nie. Ein Mann durfte lange Zeit nur heiraten, sofern er in der Lage war, einen eigenen Hausstand zu begründen. Handwerksgesellen bedienten sich der Möglichkeit, nach dem Ableben des Meisters dessen Witwe zu ehelichen. Ehe erhöhte den gesellschaftlichen Status, war also überaus erstrebenswert. Liebe besser Respekt füreinander war möglich, aber nicht nötig und bis dass der Tod euch scheidet, erschien angesichts damaliger Sterblichkeit vor allem der Frauen im Kindbett nicht als Zumutung. Auch die sexuelle Neigung der Eheleute war von geringer Bedeutung. Hauptsache es wurden Nachkommen geboren, auf welche Weise auch immer sie zustande gekommen waren. Doch der historische Sinn der Ehe schwindet hierzulande nicht nur dank des Primats der Liebe und des offenbar unaufhaltsamen Trends zur Ehe für alle. Auch die Vorstellung vom Familienerbe hat sich verändert, nicht nur, aber vor allem seit dem blutigen 20. Jahrhundert mit Flucht, Vertreibung, Aneignung und Enteignung. Besitz, der über viele Generationen hinweg weitergegeben wurde, der Familie Konstituierte, ging verloren, das Band zwischen Herkunft und Zukunft wurde brüchiger. Das allerdings kündigte sich bereits mit dem Bedeutungsverlust bäuerlichen Grundeigentums seit der Wende zum 20. Jahrhundert an. Nicht die Landbevölkerung, sondern städtisches Bürgertum und Proletariat obsiegten. Zum ganzen Stolz eines Arbeiterhaushalts gehörte im 19. Jahrhundert im Übrigen, wenn die Frau nicht Lohn arbeiten musste. Es gab ja auch ohne das genug zu tun. Kleine Abschweifung. Die Griechen heißt es, hätten die Demokratie erfunden. Wenn man allerdings genauer hinschaut, ist es die bäuerliche Kultur um 700 bis 500 vor unserer Zeitrechnung, in der sie entstand, als die griechische Police ihre Basis in autonomen Landbesitzern hatte. Im konservativen Denken aber verbindet, frei nach Edmund Burke, Grundbesitz, Herkunft und Zukunft in einer generationenbezogenen Gemeinschaft. Was das mit der Ehe für alle zu tun hat? Genau nichts. In konservativer Lesart könnte man die Ehe für alle als einen Angriff auf das über Generationen bewahrte Erbe auffassen. Liberal Denkende sehen darin hingegen den bloßen Vollzug des sowieso von Statten gehenden. Kaum einer baut noch ein Haus, das man Familiensitz nennen könnte. Insbesondere Angehörige einer Generation, die noch erfahren haben, wie schnell sich Erbe erledigt, wenn Krieg und Sozialismus zusammenwirken. Erhöhte Mobilität entwertet im Übrigen ortsgebundenen Besitz. Eigenheime sehen heute genau so aus, wie jederzeit ablegbare Hüllen vorübergehender Gemeinsamkeit. Kommt jetzt das Klagelied über die Atomisierung des Individuums? Natürlich nicht. Der Rechtsstaat und sein Gewaltmonopol entwickelten sich aus dem Sieg einer Zentralmacht über mächtige Familienclans. Und zu den segensreichen Folgen der Individualisierung zählt das, was in paternalistischen Stammestrukturen fehlt. Jeder kann sich seine Verdienste selbst zurechnen. Niemand muss seinen Reichtum an die Familie abgeben oder auch nur mit einer Ehefrau oder einem Ehemann teilen. In einer Meritokratie zählt nicht die Abstammung, sondern die eigene Leistung. Dazu passt der immer wieder auflammende Streit ums Erben und Vererben. Keinem, so lautet die geläufige Vorstellung, gebühre qua Geburt die Verfügung über ein womöglich über Jahrhunderte von seinen Vorfahren erarbeitetes und aufgehäuftes Vermögen. Beifällig wird dem Staat zugestanden, vollversteuertes Vermögen ein weiteres Mal zu besteuern, bis hin zur Gefährdung sogar des produktiven Eigentums von Familienbetrieben. Mal abgesehen vom volkswirtschaftlichen Schaden, der damit in Kauf genommen wird, mit der Erbschaftssteuer greift der Steuerstaat im Namen von Gleichheit und Gerechtigkeit in eine Enklave privater Solidarität ein und entmachtet einen Bereich, in dem er eigentlich nichts zu sagen hat, weder als Arbeitgeber noch als Verteilungsagentur. Und das ist ganz und gar absichtsvoll. Der Steuerstaat trachtet danach, Abhängigkeit zu schaffen. Wer sich also von der Macht der Familie befreit wähnte, sieht sich unversehens in den Fängen von Vater und Mutter Staat. Ist also die Ehe für alle nur das Wetterleuchten am Horizont, das vom Ende ihrer Bedeutung kündet? Die vertraglich und kirchlich beglaubigte Ehe war einst nicht lediglich auf zwei Menschen und ihre Nachkommen ausgelegt, sondern auf das, was man heute Nachhaltigkeit nennt, auf den Zusammenhalt und die Mehrung des Besitzes über Generationen hinweg. Weil Besitzer wissen, wem sie den Buchen- oder Eichenbestand zu verdanken haben, ihren Vorfahren. Wer eine Familiengeschichte hat, erfährt Vergangenheit, eine zusammenhaltsstiftende Erzählung über Generationen hinweg, Geschichtlichkeit. Heute, denkt man manchmal, herrscht reine Gegenwart, insbesondere in einem Land wie Deutschland. Womöglich ist die Ehe für alle ein Verfallsprodukt, das den Abschied von der Institution selbst einleitet. Denn warum soll man den Staat an rein privaten Entscheidungen teilhaben lassen? Das Nötige regelt die Vertragsfreiheit. Der Rest ist der Fantasie überlassen. Fragt sich dann nur noch, warum man das alles ausgerechnet Ehe nennen muss. Sie hörten einen Auszug aus Cora Stephans Buch Lob des Normalen vom Glück des Bewährten. Es sprach die Autorin. Diese Sendung ist auch als Podcast abrufbar auf unserer Webseite kontrafunk.radio Dort finden Sie auch Informationen über weitere Bücher von Cora Stephan. Fon. Musik 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 Musik